Willkommen bei diesem Blog von RE-MAX Premium TV. Ich will mich ab nur und ganz kurz zahlen. Es geht nur darum, dass ich ein Kleingekrutze gegen Duriva was wir wollen, um einen neuen Blog zu machen. Die Zielsetzung von diesem Blog ist, allgemeine Informationen zur Verfügung zu stellen. Informationen in Duriva sind, wie wir den Immobilienmarsch als letztes Jahr gesehen haben, zwei Jungen, die ich erlauben, ein Taus, ein Appartement zu den bestmenschlichen Konditionen zu verkaufen. Bestmenschliche Konditionen, selbstverständlich zu der Preis. und noch ein Zeitraum. Das wird auch ein Video, ein folgender Video von heute, die wir erwarten. Und wir werden noch sonst allgemeine Informationen präsentieren. Das wird schon das Gewicht für das Intro und können mich freuen, euch heute den nächsten Mal begrüßen zu können. Macht den besten Grieß, für RE-MAX Premium, folgt leider.